aber guck mal hier hier steh ich das feuer ist aus oh jetzt brennt es brennt oh nein rette es ich hebe einfach jemand auf dein pferd ist aber jetzt knusbrechen das ist doch noch gut das kann man jetzt essen aber feuer geh weg da gehst man wieder rum hier sag doch geh weg alles schön knusprig hier sag ich das pferd aufnehmen euer jetzt brennt es einmal mit profis arbeiten aber das brannte lichterlo das war schon ein bisschen beängstig das liegt doch immer da hä ich hab den stiegen öffnen schön komm lass uns lieber mal gehen die nächsten drei wochen gibt's pferdefleisch wo ist ein klopfer ja aber der mann kann nicht reisen warum wiegst du um das eine bringt halt mehr geld da warte was hast du gemacht wo bist du denn er ist überlassen er hat gelaufen ich hab ich hab nur noch ein gizmo fliegen sehen lauf gizmo lauf komm wir haben deinen hintern ich hab friendly feier aus es geht nicht ich hab friendly feier aus es geht nicht du ihr seid keine freunde mehr weißt du ich bin ja froh dass am ende wenigstens keine kinder dabei rauskommen im fährt hat man probleme oh luft oh es ist wirklich so oh du schießt mich auch in mein haus oh ich kann nicht mehr du bist gestorben hab ich schon gesehen au das ist halt kunst oh wer bist du denn eine zigeunerin rolle rolle letzt letzt los ja mach ich mach ich ich brauch jemand der ich an die hand nimmt das ist kein problem das ist ja das du provozierst mich du provozierst mich was soll denn das wer provoziert dich da ist grad gestanden rolle von bender hat gizmo provoziert was ist das jetzt alter was wird das was tust du die zwei jungs ich bin hängen geblieben die jacqueline kotzt gleich ja du bist aber selber schuld du musst doch mal dein tier füttern ja ja herauf auskommt brav ja ja ich hab mir das das ist kein nix wert das ist kein nix wert oh Gott wer ist das dann schimpft ihr mich dass ich nix tue mein 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 was macht man ich bin im kinemodus erheitet linkseite rechtseite im kitzigen kreis was macht er hallo ja ja brennt ich habe nein jetzt geht's ich werfe den mal raus nein 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 ich hab ihn abgeworfen ja super hast du das auch mal gefüttert in letzter zeit so in den letzten zwei jahren ich hab's vorhin vorhin gefüttert mit mit haferplätzen hast du es auch mal gestreichelt und gesagt du hast es ganz doll hast du es mit mehr als einem haferplätzen gefüttert oder ja zwei und wie sehen seine kerne jetzt aus leer einfach nur leer wo lange hinter uns hinter uns hinter uns du kannst jetzt hier diese diese eine mission machen ich weiß nicht wo dein hut ist was machst du hier wo was geht weg wo ist mein hut er will nicht asp klar das ist hex ich drücke auf einmal rette das uhrschnell geradeaus wer秩anda Ich weiß. Oh! Oh Gott, was ist ich? Oh, Gizmo ist wieder weg. Gizmo ist wieder weg. Eiermich ist wieder allein. Ich weiß.